Servus Leute und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Heute wieder mit einer neuen Folge Kairo. Ich würde sagen, wir joinen drauf. Eins, zwei, drei, go. Ja. Bei mir dauert es wieder ein bisschen. Aber jetzt, okay. Stimmt, wir waren das letzte Mal in so einer Höhle. Mal kurz was gucken. Ja. Wo waren wir denn jetzt? Wir waren in irgendeiner Höhle. Ich bin zumindest in einer Höhle. So, ich sehe dich. Aber da geht es nicht weiter. Das ist jetzt halt die Frage. Diamanten finden, war das doch jetzt. Genau. Wollen wir noch Diamanten suchen? Können wir gerne machen. Aber wäre cool, wenn du das ganze Zeug irgendwo aufstellen könntest. Wo bist du? Oh, super Finister. So Finn darf eigentlich gar nicht. Warum? Weil der hat erstens kein Aufnahme bekommen. Zweitens, der hat nicht das richtige Thatcher Packs als erstes benutzt. Und, äh, drittens, der spielt mit Labibod. Und, äh, drittens, der spielt mit Labibod. So, bei Finn darf doch gar nicht. Und der ist full dear. Ja. Ich habe eine Bildschirmübertragung bei denen gesehen. Was hast du gesehen? Bildschirmübertragung? Ja. Ja. Wir haben gerade noch kurz geredet. Der ist full dear. Ist halt wirklich full dear. Dann... Okay, das spielt. Äh. Oh fuck. Wo bist du eigentlich? Äh, wir müssen uns... Okay. Ja, wollen wir uns einfach hier nach unten graben? Ja. Würde ich auch sagen. Und ich hab mal... Ähm, ja, willst du dann irgendwo unsere Base bisschen aufschlagen? Mh... Wir machen das mal dann auf Höhe 12, oder? Ja. Habe ich gar nichts mehr zu essen. Hast du noch irgendwas zu essen? Mh... Ich hab noch... Ja, hier... Ich hab noch verrottet das Slash, aber es will ich jetzt umgehen essen. Weil er hier... Wart das mal, oder? Ja, machen wir dann gleich und wir die Base aufschlagen. So. Jetzt wieder ne Höhle. Oh, das ist ein Zombie. Hier ist ne gute Höhle. Ich mach mal mein Fenster zu. Beziehungsweise den Rollo. Sonst erkenn ich bei der Dunkelheit gar nichts. Ich hab Fackeln noch. Ja, ja, ich auch, aber... Das stört mich, wenn das Licht so durch das Fenster scheint. Jetzt bin ich wieder da. Ähm... So. So. Okay, hier ist ne richtig gute Höhle. Ich komm mit runter. Ja. Ich komm mit runter. Ja. Ich seh dich, so. Ja, dann stellen wir das ganze Zeug hier hin. Du hast ja... Hast du? Äh, lass mal ein bisschen erst weiter rennen. So, hier rechts. Hier geht's runter. Die sind gut spinnen. Und da sind Creeper. Achtung. Ja. So. Äh, wo geht's denn jetzt? Geht's hier irgendwo runter? Es geht eher hoch, ja. Naja. Nach vorne. Hier geht's... Moment. Hier ist auf jeden Fall hell. Ja, weil da Lava ist. Okay. Vorsicht nicht reinfallen. Ja. Wollen wir uns einfach hier nach unten graben? Wir sind höher 31 Jahr. Dann stell' aber trotzdem mal hier. Oder grab dich auf Höhe 12 und dann... So. Brauchen wir noch Eisen? Ja, nimm alles mit. Eisen auf jeden Fall. Solange wir nicht Full-Deal sind, würde ich alles mit Eisen verzaubern. Irgendwie hab ich da Lava durchbacken sehen. Musst aufpassen. Öl 16. Nicht direkt unter dir graben. Nicht direkt unter dir graben. Ja, geht schon. Okay, Redstone. Hier sind wir richtig. Höhe 11 sind wir jetzt hier. Hast du ne Fackel? Also Fackel? Ja, Moment. Ich lass' mal hin. So. Ja, dann bauen wir hier, glaub' ich, unsere Base. Oh, gescheiße. Ich mach' mal hier ein bisschen Platz. Komm' ich mal weiter. Ähm, stell' erstmal das ganze Zeug hin. Ähm, stell' erstmal das ganze Zeug hin. Oh, hier ist Lava. Oder ich mach' das mal eben weg. Ja, stell' auch mal. Ja, stell' auch mal. Stell' auch mal einen Verzauberungs-Tisch hin. Wär' auch cool, wenn wir ein bisschen Lapislazuli finden würden. Ich hab' acht. Ja, ich hab' auch noch acht. Ähm, gut, Ambos. Ich hab' schon gedacht, die waren schon welche, hier sind aber keine. Ich bin grad hier hinten, bei der Höhle. So, da kann ich zwar den ganzen Crap reinwerfen. Was brauch' ich denn nicht? Das brauch' ich. Lapis. Ja, Lapis. Sehr gut. Was? Ähm, brauchen wir Tintenbeutel? Nee, nicht. Oh lol. Das sind drei Zombies. Alles Kärbe. Hier ist ein Skelett noch. Ja, hab' sie. Okay, ihr geht nicht weiter. Ich schripp' meinen jetzt wieder. Ja. Ähm. Ich verzauber' jetzt nicht. auch mal, oder kombiniert meine zwei Eisen. Ja. Das erinnert doch schon nicht nix. Ja. So, dann hab' ich nämlich da schon mal Schutz 2. Mach' mal den, hast du schon Schärfe-drei-Eisen-Schwert? Ähm. Hab' ich, ja. Hab' ich. Ah, hier ist wieder viel Lava. Ja. Hier ist ein Tripper hinter mir explodiert. Okay. Dias. Du hast Dias? Ja, hab' ich. Geil. Sehr gut. Ja, hier. Wo bist du, wo bist du lang gelaufen? Ich bin hier, äh, den Strip-Eingang hier. Ah, okay, jetzt sehe ich's. Okay, nice. Wir müssen hier hoch. Und hier sind Dias. Soll' ich mal abbauen? Oder mach' du? Ja, so gut. Vier, fünf Stück hab' ich. Hier geht's hoch. Ah, wir brauchen noch eins. Dann hast du eigentlich auch ne Diabos. Ja. Muss man halt mal überlegen, ob das Sinn macht. Muss ich mal schauen. Ähm. Eben mit... Hier ist ein Skelett irgendwo. Da oben. Ah, das ist das Skelett. Das nervt. Soll' ich geh' mal hier ein bisschen lang? Wir müssen nur zurückfinden. Ja, du musst einfach da wieder den Weg runter. Ja. Auf wenigstens noch ein paar Dias, wär' auch noch schlecht. Ah, dieses Kack-Skelett. Ich bin wieder im Kreis... Ich bin im Kreis gelaufen. Ich hab' gefunden. Ich hab's gefunden. Ah, mach' ich halt jetzt mit der Pikisse. Ich hab's gekillt. Also. So. So, jetzt kann ich eigentlich noch weiter strip meinen, oder? Ja. Aber auf der richtigen Höhle. Ja, hier wurden wir waren. Ich hab' auch nicht mehr viel essen. Ja. Wir können das eh nicht, wir können das eh nicht länger als eine Folge machen. Mhm. Weil... Weil... Super Finn hatte... Ich hatte auch bei der Bücher-Tragung sehen, dass dieser Super Finn halt, ähm... da ist es so, ähm... 33 Steak hatte gebraten. Der hat richtig viel halt. Ja. 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 Ich hab' die zwei drin gelassen. Hier unten. Okay, nice. Ähm... Ja. Ist halt die Frage. Ich hab' 20, ähm... 20 Eisen. Ob wir da jetzt nicht einfach anfangen, mal unser ganzes Zeug auf Schutz 2 und so zu bringen? Ich weiß es nicht. Mh... Ich glaub' ich kann nicht eigentlich wegwerfen, ne? Ja. Moment. Ich glaub' ich mach' ihn jetzt einfach nochmal weiter. Ja. Ich geh' mal mit dir mit. Warte, wir gehen mal die Lampen. Hier? Ne, hier. Ich mach's einfach mal so parallel zu dir. Sind wir auf der richtigen Höhe? Ja, wir sind elf. Äh... Ja, elf. Ich werd' gerne schon auf Level 30 versorgen, aber wir brauchen halt Bücher. Ja, wir brauchen 45 Bücher, um auf Level 30. Wir haben vier, vier, sechs. Wir haben vier, vier, sechs. Das wär' schon richtig. Ja. Wenn der Schärfe vier rauskommt, ist das ja auch schon mega-OP. Ja. Wir müssen halt abwarten. Sind erst sieben Folgen. Eben. Ich hab' Lapis. Was? 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 Ist es meinecke kaputt wieder? Meine sage auch gleich in 있�ermein. Ich mach mir mal eben ne neue und Fockeln. Ja. Ja. Fabian kann ich hier. Der picke lohnt sich auf gar keinen Fall zu machen. Diya Pickel? Ja wir haben eine noch, ja... withdraw thought consumo Fragen. na ach so ich kann das andere zwecke ich schon gut so verkehrt ich mir machen ja also braucht auf jeden fall eisen weil das halt mega aufwendig ist das ganze zeug auf auf schutz 5 und so zu bringen dann kann ja kein schutz auch trotzdem ewig so und hier ist lava ohne wieder ja ich bin auch bei einer laber quelle hier ist aber nichts ist nur so eine labersee bei mir ja mir auch wir sind wahrscheinlich von selben und wie wollen wir das mit dem jesen kippen was meinst du den bogen ich habe einen stärker 1 ja weil ich heute nur hoch ich bin tot glaube ich ne was hast du gemacht ich bin ich habe mich ich erinnert sind habe ich abgebaut dann war plötzlich lauer hier du darfst du nicht direkt unter dir abbauen ja fast reingefallen jungen 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 ich tue noch das ist eine kleine höhle jetzt habe ich auch nicht ich habe auch nicht mehr viel essen ich würde auf jeden fall ist eine riesengroße Höhle immer alle Sachen mit alles mitnehmen ja alles riesengroße Höhle gefunden jeder Mann meinen Gang nennen ich werde schon gerne gegen irgendwann irgendwann kämpfen ja klar aber ich meine macht ja keinen Sinn wenn der die Full Tier haben und wir uns sagen ja wir kämpfen jetzt gegen die also ich glaube ich finden dann schon ich kann auch zu dir kommen hier bin ich ich kann auch ein paar Sachen mitnehmen ich habe jetzt alles ich bin jetzt hier lang gelaufen die andere Seite okay perfekt ist eine riesengroße Höhle wenn man jetzt hier lang geht hier guck mal links warte ich nehme mir hier das Eisen mit schau mal hier so hier ist Gold das ist gut hier ist noch mehr Gold hier ist richtig hier ist die Schlucht ich habe die Schlucht gefunden Gold und so Schlucht unterirdisch ich sehe ich es nicht wo bist du drin ich mal so ich habe es nicht du bist nur hochgelaufen hier ist eine Schlucht hier ist eine Schlucht mit Gold schau ich mal ein bisschen um wenn die irgendwo Dears wären ne wäre es mega nice wir müssen nur aufpassen dass wir nicht ins in die Lava fallen ich habe dann das das Dorf ein ja aber wenn du halt rein willst hilft ja nicht aber ja ich habe einen keine Sorge ich nehme das den ganzen Redstone weg weil Level kann man immer gebrauchen hier ist ein ja ich werde jetzt gekickt du bist gekickt oh fuck ich auch ja jetzt 5 4 3 2 1 gekickt ja ich auch ja gut ich würde sagen wir schauen es dann in der nächsten Folge dann noch ein bisschen um und ja gehen dann raus aber gut ja also Leute das war es dann mit einer weiteren Folge Minecraft Kairo ja falls es euch gefallen hat dann lasst mir doch einen Daumen nach oben da wenn ich dann nicht und über ein kostenloses Abo würde ich mich auch freuen wir sehen uns dann Peace Peace